Hallo Leute, muss ich jetzt aufgrund der neuen Hobelmaschine auf meine bisherige Absaugung komplett verzichten und das quasi auf ein neues System ummünzen? Das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Bis gleich! Die regelmäßigen Zuschauer kennen schon seit Jahren meine Bestandsabsauganlage, die ich mir vor etlichen Jahren mal selber gebaut habe, mit einem kleinen Kärcher und einem Zyklonabscheider hier auf der Rückseite. Dem Ganzen habe ich hier auch eine Master Slave Schaltung spendiert, mit mehreren Steckdosen für mehrere Endgeräte und hier oben auch mit einem Schalter, mit dem ich nochmal manuell den Sauger ein- und ausschalten kann. Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass die gesamte Verrohrung in meiner Werkstatt auf 50 mm ausgelegt wurde. Das passt an der Tischkreissäge, das passt an der Oberfräse, das passt an der Bandsäge, die steht gerade da vorne, das passt auch an meinem Tellerschleifer ohne Probleme. So, jetzt kommt die Hobelmaschine dazu und ja, 50 mm Schlauch ist da einfach zu gering, weil ich mit größeren Spänen arbeite und die Leitung ratzfatz verstopfen würde. Jetzt stellt sich die Frage, baue ich alles um auf 100 mm oder wie gehen wir damit um? Ja, und um das beantworten zu können, müssen wir uns eigentlich erstmal mit ein paar technischen Parametern auseinandersetzen und auf die Feinheiten und die Unterschiede beider Systeme eingehen. Wir haben auf der einen Seite hier mein bestehendes System mit einem hohen Unterdruck, aber einem geringen Volumenstrom und deswegen halt auch einem kleinen Schlauchdurchmesser. Das setzt man vorzugsweise ein bei handgeführten Maschinen, wie zum Beispiel einer Oberfräse, einem Schleifgerät zum Beispiel oder auch die Tischkreissäge, zumindest wenn es sich um ein kleineres Modell handelt, was ich oder auch ihr oftmals in euren Werkstätten habt. Ja, ich habe kleine Späne, die abtransportiert werden müssen. Auch die Geräte sind herstellerseitig eher mit kleinen Anschlüssen ausgestattet und damit kann man dann halt auch sehr zufriedenstellend arbeiten. Deswegen habe ich auch die gesamte Verrohrung bei mir auf 50 mm ausgelegt, weil ich damit bisher super gefahren bin und hatte da auch bisher nie Probleme, dass es da irgendwie zu Verstopfungen oder sonstigen Problemen kam. Der Zyklon auf der Rückseite hier ist ja im Grunde auch nur ein zwischengeschalteter Abscheider, der die Späne aussortieren soll aus dem Volumenstrom, damit die nicht im Sauger oder im Beutel des Saugers landen und ich da quasi vermeiden kann, dass ich ständig den Beutel im Sauger leer machen muss. Damit bin ich in der Vergangenheit sehr gut gefahren und im Normalfall würde ich da jetzt auch überhaupt keinen Grund sehen, um das anzupassen oder zu verändern. Jetzt hat sich die Situation ergeben mit einer neuen Hubbelmaschine. Jeder von euch, der eine Hubbelmaschine hat, der weiß, dass ich hier entsprechend größere Späne produziere, halt entsprechend der Messerlänge oder und oder nachher auch entsprechend der Werkstückbreite und die natürlich viel eher dazu neigen, in der Leitung zu verstopfen, sich zu verklumpen oder was auch immer. Und ganz ehrlich, ich habe keine Lust, mich irgendwo hier unter die Werkbank oder wo auch immer hinzulegen und da die Leitung öffnen zu müssen, wo ich am Ende noch gar nicht weiß, wo ist es genau zu und da die Späne rausfriemeln muss. Also das muss eigentlich anders gehen. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier auch in diesen zusätzlichen Sauger investiert habe. Das ist kein besonders großer, aber ich fände es gut, wenn ich den irgendwo schön verstauen könnte, wenn ich ihn nicht brauche. Ansonsten sind die ja immer sehr groß und bauen hoch auf, wenn da oben noch eine Filterpatrone oder sonstiges drauf ist. Und im Gegensatz zu diesem Gerät hier arbeitet der Kollege jetzt hier mit einem niedrigen Unterdruck, mit einem großen Volumenstrom und dementsprechend natürlich auch einen größeren Durchmesser, in dem Fall 100 Millimeter. Jetzt kann natürlich der eine oder andere von euch sagen, Mensch Peter, dann schmeiß doch den alten raus, nimm nur noch den neuen und reduziere den hier mit einem Adapter auf die 50 Millimeter, sodass du das bisherige System nutzen kannst und an der Hobelmaschine kannst du dann mit 100 Millimetern arbeiten und dann ist gut. Ja, das stimmt nur teilweise, weil mit den 100 Millimetern kann ich an der Hobelmaschine tatsächlich arbeiten, aber das Runterreduzieren auf so einen kleinen, geringen Durchmesser ist eigentlich technisch nur sehr bedingt möglich, weil man in der Größenordnung bei der Reduzierung des Querschnittes schon davon ausgehen muss, dass der Volumenstrom abreißt und ich dann keinerlei Saugwirkung mehr habe. Dazu kommt natürlich noch ein wichtiger Aspekt. Bei den Maschinen, die halt mit dem kleinen Durchmesser arbeiten, habe ich mit kleinen Spänen zu tun und natürlich auch teilweise oder auch vermehrt mit Schleifstaub. Da will ich natürlich auch, dass der entsprechend sauber aufgesammelt wird und nicht wieder durch den Sauger zurück in die Werkstatt gepustet wird. Und so ein großer Sauger, der hat natürlich auch eine Filterpatrone, klar, aber er ist eigentlich eher dafür ausgelegt, dass er die groben Späne auffängt. Hier haben wir die beiden Systeme jetzt nochmal schematisch dargestellt. Einmal hier oben die Leitung mit dem großen Querschnitt, was also bedeutet, dass ich einen niedrigen Unterdruck habe, aber mit einem hohen oder großen Volumenstrom arbeite. Im Gegensatz dazu, der Schlauch oder die Leitung mit dem geringen Durchmesser, hier arbeite ich tendenziell mit einem hohen Unterdruck, aber nur mit einem geringen Volumenstrom. Am Ende gibt es gar nicht die richtige Antwort. Entscheide ich mich für einen Sauger mit hohem Unterdruck und kleinem Schlauchdurchmesser oder entscheide ich mich für einen Sauger mit etwas niedrigem Unterdruck, einem hohen Volumenstrom und einem großen Schlauchdurchmesser? Ja, wenn ich alle Geräte korrekt abdecken möchte in meiner Holzwerkstatt, dann brauche ich tatsächlich beide Systeme. Und wenn ihr euch mal in der Schreinerei umschaut, da werdet ihr sicher auch verfündig werden und da auf verschiedene Saugsysteme stoßen. Einmal eine Anlage, die halt die kleinen und auch handgeführten Geräte abdeckt und dann eine größere, wo ich halt auch eine, was weiß ich, eine Plattenfräse, vielleicht eine Formatkreissäge und halt auch eine Hobelmaschine mit abdecke. Leute, nur ein kleines Video heute. Ich wollte euch mal darlegen und kurz erklären, warum ich jetzt beide Systeme hier in der Werkstatt einsetze. Wundert euch also nicht, wenn ihr heute mal die und morgen die Absauganlage im Video sehen werdet. Aber das hängt einfach mit den unterschiedlichen Anwendungsfällen zusammen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.